Du zockst mit deinen Freunden ein bisschen auf dem Sportplatz und bekommst plötzlich Besuch. Ein Bison crasht das Spiel und schlendert über den Platz. Der zweitschwerste Flitzer, den wir jemals bei BILD hatten. Ein Elefant läuft sich hinter dem Tor warm. Die Zweibeiner fackeln nicht lange, die Angst zu groß, dass Benjamin die Blümchen zertrampelt. Obwohl Flitzer setzen wir in diesem Fall mal in Anführungszeichen. Der Hornträger wirkt doch sehr besonnen und nimmt sich Zeit für seinen Auftritt.